Hallo und herzlich willkommen zum Rudesing-Kalender 2021. Heute ist Weiberfastnacht und da haben wir ein kölsches Lied für euch. Ein Song, der uns Männern aus der Seele singt und den wollen wir gerne mit euch heute zusammen singen. Und das nicht nur einmal. Er stammt von den Paarweihern aus dem Jahr 2015 und heißt Leif Marie. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich sonst was auf ins M-H-O-S-I-O-N, laufen mir die Mädchen hin und her. Ich kann auch nicht und fühle dich so groß sind, nur Schuhe, Schuhe, Schuhe und Schuhe. Tag und Nacht so richtig groß in Liebe, selbst Marie will immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen, ich will noch so viel mehr. Leif Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Leif Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Ja! Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Leif Marie, mein Körper ist mir da für viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. Ich kann sie nicht mehr hören, diese Frage. Junge, zu dir oder zu mir. Leif Marie, mein Körper ist mir da für viel zu schade. Leif Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Leif Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Für eine Nacht, leif Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leif Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht, für eine Nacht, bleib ich lieber allein. Für eine Nacht, bleib ich lieber allein. Für eine Nacht und still. Für eine Nacht, bleib ichiss euch, das dumbsteil. Für eine Nacht, bleib ich Pearl? Für eine Nacht, bleib ich sizzle. La, 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 la. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 11. Februar. Und wenn ihr gerade heute Lust habt, länger mit uns zu singen, schaut einfach auf www.rudesingen.de nach. Heute am 11. Februar startet die große Rudesingen-Party an Weiberfastnacht. Wir laden euch herzlich ein, 11. Februar, 20 Uhr und natürlich auch später, wenn ihr wollt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Alles Gute und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020